Dandha Purvottanasana, auch genannt A Urdhva Mukha Dandhasana genannt, ist die Stockhaltung in der schiefen Ebene. Du hast die Fußsohlen auf dem Boden und du hast eine gerade Linie von Zehen bis zum Kinn. Im Unterschied zu Purvottanasana Grundstellung bemühst du dich nicht, das Becken nach oben zu bringen, sondern du versuchst eine gerade Linie zu haben von den Zehenrücken bis zum Kinn. Es gibt auch noch eine Variation von Dandha Purvottanasana. Du hebst auch den Kopf hoch und versuchst gleich, den Nacken unten zu halten, während du den Kopf oben hältst. Und so ist es wie ein Stock von den Zehen bis zum Kopf. Im engeren Sinne hältst du dabei sogar die Füße zusammen. Das ist dann nochmal etwas anstrengender und das geht auch nur dann, wenn du keine Neigung zu Wadenkrämpfen hast. Das ist dann nochmal etwas anstrengend. Das ist dann nochmal etwas anstrengender und das ist dann, wenn du nicht mehr Kinn erinnerst. Vielen Dank.